Liebestrip nach Berlin Was für ein Liebeswirrwarr! Kurz nach Jennifer Reelys Teilnahme bei Kampf der Reality Stars haben sich die Schauspielerin und ihr Freund Matthias Höhn, 25, trotz gemeinsamen Nachwuchses getrennt. Nun scheint der Ex-Berlin-Tag-und-Nacht-Darsteller bereits eine neue Freundin zu haben. Die Neue sieht Jennifer verdammt ähnlich. Sie kuscheln sich aneinander. Formen Herzen mit Armen und putzen sich gemeinsam die Zähne Matthias Höhn verbrachte das Wochenende mit einer neuen Dame namens Michelle an seiner Seite in Berlin. Auffällig! Sie sieht Jennifer Reely ganz schön ähnlich. Das sagt Matthias zu den Gerüchten. Handelt es sich denn nun hierbei um seine neue Freundin? Die meisten Beiträge der beiden sind mit Herzen versehen. Dass das Paar sich mag, lässt sich auch nicht leugnen. Aber so ganz mit der Katze aus dem Sack will Matthias noch nicht. Er schreibt in seiner Story, egal was ihr jetzt sagen werdet, von wegen nur Freunde oder Beziehung hin oder her, wenn es was zu verkünden gibt, verspreche ich euch, sage ich es und das bleibt auch so. Ein Dementi klingt anders. Jennifer Reely scheint seit der Trennung noch Single zu sein. Immer wieder wurde spekuliert, Ob sie der Grund für das Liebesaus von Chris Breu und Eva Bene Tattoo sei. Doch das dementierte sie zuletzt vehement. Sie entschuldigte sich sogar öffentlich bei der frischgebackenen Mama Eva, wie im Video zu sehen ist. Sie sehen, dass du auch sie mit ihm verfolgt. Sie sehen, dass es so wichtig ist. Aus dem Tiere. Das ist so wichtig.